Hallo Leute und willkommen zu diesem etwas anderen Video. Das wird das letzte Video von hier sein, denn ich ziehe am Freitag um und das ist auch der Grund für dieses Video. Wir, also meine Färis und ich, wir ziehen in einen anderen Stall. Zu den Gründen möchte ich überhaupt nichts sagen. Jeder, der schon mal einen Stall verlassen hat, hat seine Gründe. Ich habe meine Gründe und ja, ich freue mich sehr auf den neuen Stall. Es wird anders werden, aber es wird super werden, das weiß ich. Und ja, ich hoffe, ihr begleitet mich da auch weiter. Deswegen gab es auch keine Weekly Vlogs mehr und große Follow-me-Arounds hier. Ich habe das immer noch so versucht mit meinem Material oder so zu schneiden, weil es auch wegen der Filmerei ein bisschen Probleme gab. Auf jeden Fall wird es am neuen Stall neue Videos geben, neue Weekly Vlogs oder Follow-me-Arounds auf jeden Fall. Und eigentlich möchte ich mein Projekt Weekly Vlog auch wieder richtig einführen, weil es mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und ja, Granada und ich sagen euch von hier aus Tschüss. Und wir sehen uns dann, also quasi wenn ihr dieses Video hier seht, sind wir schon im neuen Zuhause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche mit neuen Videos wieder aus dem neuen Stall. Bis dann. Ciao. Bis dann.